Ich weiß nicht was ich mir von neues Haus bauen soll Du hast ja letzte Aufnahme, das in die Kombis geschrieben, gell? Was? Ähm, soll Dummy sich ein neues Haus, also halt Ähm, weiss unten rein Hä? Achso Ne, bau lieber keins Das mit E-Von heißt nicht Oh, guck mal was da unten grad gekommen ist Ja, bei dir steht aber nichts auch da vorne dran Hahaha, da gibt's einen geheimen Trick Ich und die Zuschauer wissen's Olli, wir brauchen Oh ne, da haben wir ja noch Holz Boah, jetzt red mal was Oh ne, ich bin so dumm Wir brauchen, glaub ich, Leder, oder? Wart mal Drei Leder, na genial Loll, Back Back Loll, ich bin grad aus der Welt Loll, jetzt bin ich gestorben Als ob Als wir war grad im Back, jetzt bin ich aus der Welt gefahren Hey, bist du wieder da? Ja, ne, bin jetzt woanders gesporn, gib mir mal Koordinaten Als ob, das geht doch gar nicht Hä? Ja, ich bin grad aus der Welt gefallen Und ein Back oder sowas Ey, das Was sollen wir jetzt machen? Boah, hab ich gar keinen Bock drauf Ja, gib mir mal Koordinaten Ja, jetzt sind ja deine ganzen Sachen weg, oder? Ne, die liegen bei mir am Haus Ich hab da gerade gebaut Ne, ich bin grad im Haus Wo liegen die genau? Ähm, die müssten Müssten Ja, ne Wart mal, die liegen gar nicht im Haus Weil ich bin aus der Welt gefallen Ja, sag ich ja Stimmt Super Und ich hat Ich hatte grad die Diamanten dabei Äh, wir machen mal kurz Echt jetzt? Als ob Ja Wir machen mal kurz ne kleine Aufnahmepause Bis gleich Du bist so ein Lack, ich bin nicht aus der Welt gefallen Ich hab dich Getrollt Hey, wie hast du das gemacht? Loll Ich bin so dumm, Alter Ich bin so dumm Alter Alter Ich bin so dumm Oh, Olli Ich hab das nicht gemerkt, Alter Alter Der war jetzt geil Du glaubst es, oder? Wo bist du? Wo bist du? Ich hab das Wie groß ist der Braun? Ich hab das echt nicht gese- Warte, bist du da oben? Ich hab das echt nicht gesehen Aber das ist schon geil Ja Würde ich auch sagen Ich war ja auch gebückt Der kann schon mal nicht sehen Höhöhöhöhö Aha Wie langweilig Boah, Alter Jetzt dachte ich aber gerade echt Oh nee, was machen wir denn? Weil ich hab die Welt vorher nicht Backup gemacht Ähm, was wollte ich machen? Essen und dann wiederholen Alter, Olli Hör mal auf Die ganze Zeit zu taschen, Alter Deine Tastatur ist voll laut Mach die mal leiser Hör mal auf Drei Ja, alles cool Oh man Oh man Oh, ich will jetzt Bücher Lol, hast du das ganze Weizen? wenn alles nicht der wohl alles wieder hast du wie viel Weizen hast du aber ehrlich nicht viel ja ich ahn grad eins sehr schön 44 Samen wieder oh man was gibt so zu bereden ich weiß gar nicht momentan obwohl momentan passiert schon viel ich sag mal nur Boston ich war aber ich finde das so krank komm mal das mit Nordkorea damals also das heißt damals vor zwei Wochen oder das also wo das da so übel abgegangen ist da hörst du jetzt irgendwie gar nix mehr davon das ist immer bloß eine kurze Zeit ach so weißt du ich jetzt das Spiel ist jetzt nix mehr Leute Kippo vor der Haustür er ist das Haus nicht mehr gehört ach so ach so okay ja dann darfst du mal rein als ob da ist keiner komm halt raus sag ich echt tschüss du bist ein Zombie alter boah du bist so behindert ja die Bugs sind behindert die Bugs Alter fick dich ich bin grad am anderen Bildschirm ich muss mal schnell schauen ob wir überhaupt aufnimmt Fick dich du gehörst hier nun mal her man das ist mein Reich du hast eh keine Hals hast du noch Leder ja ja kriege ichs nö Oli komm jetzt mach keinen Scheiß das ist immer noch Let's Play Together und nicht Let's Play Single jetzt gibt es Leder her Oli ich hab Leder ja du hast ja gerade gesagt du hast Leder was für Leder was für Leder Alter was lass die genau pflanzmal der Bäume an das dann Wald wächst äh die sind für mich für mein Haus dann komm mal schlafen wenigstens nö boah soll ich dir das Bett bringen dann kannst du dir mitnehmen ja ok Alter boah Alter seit dem Update das mit den Knochen nehmen das regt mich so auf ich find's hammergeil ich find's hammer scheiße ja Oli dann komm bitte kriegst du dein Bett hier gibt ja ja komm du baust aber gleich bei dir auf ja hast du es nö boah man klar hast du es schon nee boah Alter wie weit hinten war das lol helfen wir mal Dankeschön für den Pound ich glaub ich hab grad einen Enderman angeschaut mal hochbauen ach da boah du bist ein Nubi du verkackst eh hinter dir hinter dir soll ich dich wieder retten hier ist ein Creeper nein das ist ein Enderman oh du bist so schlecht nein zwei Skelette lol ich verkack ach so da ist der Enderman soll doch ich glaube ich das wollte hier gegen die ist so schwer zu kämpfen nur weil du es nicht drauf hast wo auch viel Skelette ist ja das schaffe ich doch komm ich habe ich habe ein Alter Alter. Alter, was klappt schon wieder nicht? Ja, dann will ich mich nicht angucken. Boah, Oli, ganz ehrlich, dein Haus sieht richtig kacke aus. Mach das Haus mal schön. Mach du dich mal schön. Oh ja, hier sieht's ja eh keiner. Ja, komm her, bleib da. Ja, zum Glück, Alter. Enderman, komm. Lol, der hat gerade sechs Knochen gefressen, der Penner. Ja, du Wichser. Ja, okay, kriegst sie, kriegst sie, ja schon, ne. Oh scheiße, das war mein Schwert, stopp. Warte, du kriegst sie, nicht schlagen. Warte, hier hast du ein Schwert. Warte, hier. Gut, ist ein Quid. Wow, fuck, fuck, da ist ein Skelett. Lol. Warte, ich mach fertig. Ja, und ich hab keine Herzen mehr. Schnell in meine Hütte rein. Ah, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Gott sei Dank hab ich ja noch vier Diamanten. Ah, schön. Cool, brauch ich nicht. Ja, 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 das hätt ich jetzt auch gesagt. Wirst du sicher nur mal bei mir einziehen? Vielleicht mal zu Besuch. Ist doch sonst voll langweilig, wenn wir so getrenntes Let's Play machen. Ja, wenn das Haus so kacke aussieht, dann hätten wir meins zu bauen. Ja, dann kommen wir ins Haus und dann ziehen wir nachher alle um. Ja, wir bauen schon, ich will da so eine richtig geile Stadt. Ja, ich hab grad tolls. Komm mal, pendeln dann und bring dein Bett wieder mit. Ah, genau, Neter. Wo hat sich die Steine hin? Hast du noch Plaschersteine? Nö. Welches Level bist du? Alter, da ist ein Zombie-Pigman aus dem Neter rausgekommen. Pass auf, gell. Ähm, ich bin Level 6. Läuft? Ich bin Level 20. Greif den Zombie-Pigman dann nicht an. Oh, oh. Ja, wer hat denn das Neter so geil gebaut? Wo ist denn der Panel? Ich muss mal hier in. Oh, Gott. Wo ist denn der? Boah, ah, da.